Hallo zusammen, da sind wir wieder bei den BSK News. Folgende Neuigkeiten gibt es für euch bei uns im September. Unser Sommerspezial läuft nur noch wenige Tage. Bis zum 4. September könnt ihr noch eine ganze Reihe unserer Selbststudienkurse zum Angebotspreis erwerben. Jetzt dauert es auch nicht mehr lange und im Oktober startet das neue Semester. Auf unserer Homepage oder auch in unseren Seminarprospekten findet ihr alle Seminare des kommenden Wintersemesters. Wenn ihr unser Seminarprospekt gerne per Post bekommt, meldet euch einfach bei uns. Bis 13. September sind unsere Abendvorträge aus dem vergangenen Semester hier auf unserem Kanal online und die Abendvorträge des kommenden Semesters können dann endlich wieder vor Ort besucht werden. Allerdings wird auch weiterhin die Möglichkeit bestehen, die Abendvorträge hier live auf YouTube zu verfolgen. Die werden dann immer eine Woche online bleiben und das bietet euch zum Beispiel auch die tolle Gelegenheit, als Hauskreis den jeweiligen Abendvortrag gemeinsam anzuschauen. Ihr könnt euch auch jetzt schon auf den 8. September freuen, denn dort erfahrt ihr im Rahmen von BSK Inside von unserem Studenten Mila und wo sie zu Jesus gefunden hat. Im September wird es kein neues Themenvideo geben, allerdings starten wir dann im Oktober mit einer neuen Reihe von Albrecht Wandel und nähere Infos dazu gibt es dann in den Oktober nicht. Zum Schluss wollen wir euch noch das neueste Update zum Jahresfest weitergeben. Corona-bedingt feiern wir das Jahresfest dieses Jahr nur mit unseren Studierenden, aber dafür habt ihr die Gelegenheit, euch am 3. Oktober unser Jahresfest hier auf unserem Kanal anzuschauen, mit der Vorstellung unserer neuen Studierenden, der Absolvierungsfeier sowie der Predigt von Peter Reed, dem Leiter vom Bodenseehof. Ihr könnt also ohne großen Anfahrtsweg direkt dabei sein. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und macht gerne auch Werbung dafür. Wir wünschen euch einen schönen September, Gottes Segen und bis bald. Ciao!